Ja, wahre Fans eben. Und das Helene Fischer Megakonzert in Bildern können Sie noch mal genießen. Bei uns auf brisant.de empfehle ich Ihnen unsere Seite für Sie. Oder Sie können auch diesen QR-Code hier mit dem Handy eingeben. Auch da kommen Sie zu dem Thema. Und wir machen jetzt gleich mal weiter mit Partystimmung, würde ich sagen. Die gab es ja bei der Hochzeit des Jahres, bei den beiden, bei Jennifer Lopez und Ben Affleck. Ja, die Farbe des Abends weiß, klar. Und das Motto des Abends, bitte, bitte lass es krachen. Und das wurde auch garantiert so umgesetzt. Das rauschende Fest fand ja auf dem 35 Hektar großen Grundstück von Ben Affleck in Georgia statt. Viele Gäste, darunter auch Promis und Freunde, waren da. Nur einer aus der ganzen Anverwandtschaft fehlte.